So ist die Brezelpizza entstanden. Knet den Teig noch fester. Was? Er will eine Brezelpizza? Okay. Die Gäste kommen. Geht das nicht etwas schneller? Emmentaler und Mozzarella? Ja, aber gut. Und, was sagen Sie? Was genau soll das sein? Sie haben doch gesagt, ich soll eine Brezelpizza machen. Na, vielleicht schmeckt sie ja. Das habe ich nicht gesagt. Sie müssen einfach mal ein bisschen besser zuhören. Also so kann das einfach nichts werden. Das ist das Beste, was ich jemals probiert habe.